Genau, Sie sehen auf der Slide und ursprünglich auch mal auf dem Tisch stand auch noch Anna Reimann. Die konnte leider nicht kommen, weil seit fünf Minuten unsere Chefin ihre Abschiedsvorlesung hält. Also Anna hat einen guten Grund, nicht hier zu sein. Ich habe einen guten Grund, nicht in Basel bei der Vorlesung zu sein, sondern ihn stattdessen eben von unseren Zugriffen auf die Konsum- und Wirtschaftsgeschichte der frühen Neuzeit in Kleinanzeigen, wie Sie hier schon eine sehen, beziehungsweise in Anzeigenzeitungen vorzustellen. Kurz zur literaturhistorischen Relevanz von Kleinanzeigen, falls das sozusagen für Sie nicht ganz offensichtlich sein sollte. Vielleicht erinnern Sie sich aus dem Schulunterricht an den Anfang eines Textes, an diesen Anfang eines Textes in M, einer bedeutenden Stadt im oberen Italien, ließ die verwitwete Markise von O, eine Dame von vertrefflichem Ruf und Mutter von mehreren wohlerzogenen Kindern, durch die Zeitung bekannt machen, dass sie ohne ihr Wissen in andere Umstände gekommen sei, dass der Vater zu dem Kinde, das sie gebären würde, sich melden solle und dass sie aus Familienrücksichten entschlossen wäre, ihn zu heiraten. Und das ist der Beginn, jetzt geht es irgendwie 30 Seiten weiter, wo der Hintergrund dann erklärt wird, wie das alles dazu kommen konnte. Und dann aber am nächsten Zeitungstage las die Obristin, da beide beim Frühstück saßen, in einem Intelligenzblatt, das eben ganz feucht von der Presse kam, folgende Antwort. Wenn die Frau Markise von O sich am 3.11 Uhr morgens im Hause des Herrn von G, ihres Vaters, einfinden will, so wird sich derjenige, den sie sucht, ihr selbst zu Füßen werfen. Als Heinrich von Kleist Novelle, die Markise von O, 1808 erstmals erschien, waren sogenannte Intelligenzblätter als alltägliches Medium in Zentraleuropa recht weit verbreitet. Zwar waren die Publikationen, die meistens aus Kleinanzeigen bestanden, eher darauf ausgelegt, Angebot und Nachfrage von Waren zusammenzubringen, aber auch die Nutzung als Kommunikation mit Mitleserinnen war tatsächlich nichts Besonderes. Aufbauend auf den Mitte des 17. Jahrhunderts in Städten wie Paris und London aufgekommenen Adressbüros entstanden solche Intelligenzzeitungen im Laufe des 18. Jahrhunderts in zahlreichen deutschsprachigen Groß- und Kleinstädten. Hier in Berlin hat 1689 ein aus Frankreich geflohener Huguenotte ein Privileg zur Eröffnung eines Berliner Adresshauses bekommen, zwar noch ohne dazugehörige Zeitung, aber eben als Modell dieser neuen Art von Informationsbörse. Und die erste Intelligenzzeitung in Berlin gab es dann ab 1727 unter königlich-preußischer Approbation unter dem Titel Wöchentliche berlinische Frag- und Anzeigungsnachrichten von allerhand in und außerhalb der Stadt zu kaufen und zu verkaufen, zu verleihen und zu lehnen vorkommenden, auch verlorenen, gefundenen und gestohlenen Sachen zu den Personen, welche Geld lehnen oder ausleihen wollen, Bedienung oder Arbeit suchen oder zu vergeben haben, imgleichen den kopulierten, geborenen und gestorbenen, wie auch ankommenden Fremden etc. etc. nebst dem marktgängigen wöchentlichen Korn- und Wollpreis. So oder so ähnlich waren ganz viele Intelligenzblätter betitelt und das ist der Vorteil dieser barocken Ausführung, man weiß auch recht präzise, worum es geht, beziehungsweise was für eine Vielfalt einen da eigentlich erwartet. Und weil eben diese neue Gattung die relativ niederschwellige Ansprache von einer breiten Öffentlichkeit ermöglicht hat, hat sich das vielerorts relativ schnell auch etabliert und wurde von privaten ebenso wie professionellen AnbieterInnen regelgenutzt. Sie ist deswegen nicht nur eine besonders interessante Quelle für die Untersuchung von Mikromechanismen lokaler Märkte, sondern eben auch für die Analyse von Zusammenhängen zwischen lokalen, überregionalen und zunehmend globalen Warenmärkten in der frühen Neuzeit. Sowas wie Tee, Schokolade, afrikanische Sklavinnen oder chinesische Teeservice, also all das findet sich auch in diesen Anzeigenwettern offeriert. Sie waren ein weit verbreitetes und in der Gesellschaft sehr präsentes Kommunikationsmedium, was eben punktuelle, gleichsam wie flächige Einblicke in städtische Ökonomien und Beziehungsgefüge erlaubt. Und aber jetzt gerade wegen der quellenspezifischen Eigenschaften, also oft zahlreiche Ausgaben, die sind teilweise über 50, 60, 100 Jahre erschienen. Sehr heterogene Anzeigen beziehungsweise Anzeigentypen, nicht standardisierte Sprachstufe wurden sie in der Forschung nur selten in den Blick genommen. Wir haben das heute schon bei Johanna Styrico gehört, Werbeanzeigen sind so ein bisschen ein Stiefkind mit Bild oder ohne. Und eben auch in jüngeren Digitalisierungsprojekten wird meist eben nur der Volltext zur Verfügung gestellt. Und jetzt eben gerade die aus erschließungspraktischer Sicht eher mühsamen Eigenschaften wie die Serialität und die Vielfalt bergen gerade die Möglichkeit, wenn man das dann entsprechend aufbereitet, bestehende Narrative etwa mit Blick auf Konzepte wie Konsum- oder Fleißrevolution, also Veränderungen im frühneuzeitlichen Wirtschaften und Konsumieren von Haushalten zu überprüfen, zu korrigieren oder aufzubrechen. Weil hier eben also über diese Art von Quelle Kommunikations- und Vermarktlichungsprozesse sichtbar gemacht werden können. Der Großteil der Forschung zu diesen Konsum- und Fleißrevolutionsbereichen stützt sich auf englische und niederländische Quellen und hat so bestimmte Meistererzählungen geprägt, denen bislang eigentlich kaum Material aus anderen Regionen gegenübergestellt wurde, beziehungsweise gestellt werden konnte. Und es wurden vor allem auch Inventare ausgewertet. Und die stellen eben Besitztümer zu einem sehr spezifischen Zeitpunkt im Leben dar, meistens eben am Lebensende. Und im Gegensatz dazu lassen sich über Anzeigen eben tatsächlich potenzielle Zirkulationen, Transport- und Verkaufswege von Gütern sehr unterschiedlicher Art großflächig nachvollziehen. Und für manche Warengruppen, wie beispielsweise alltägliche Lebensmittel oder gebraucht waren, und auch deren Verkäuferinnen beziehungsweise potenzielle Konsumentinnen, stellen sie überhaupt eine einzigartige Quelle für deren Umlauf auf Mikroebene dar. In der Berücksichtigung beziehungsweise Mitberücksichtigung von Kleinanzeigen liegt also auch ein korrektives Potenzial, weil archivalisch nicht oder nur marginal abgebildete Lebensbereiche oder Objektgruppen über sie überhaupt erst in den Blick geraten. In der Varianz und Vielfalt der Anzeigen, die umfassenden Analysen auf der Grundlage von einer manuellen Klassifizierung entgegenstehen, liegt somit die Chance für einen Perspektivenwechsel und neue Einblicke, eine neue Möglichkeit zur Generierung historischen Wissens durch die Berücksichtigung bisher nur sehr punktuell ausgewerteter Quellen, wenn die Anzeigen eben versucht werden, computergestützt zu klassifizieren, also inhaltlich zu verschlagworten. Das haben wir eben für das Basler-Avi-Blatt erprobt und den Ansatz will ich im Folgenden kurz vorstellen. Nur ein paar Eckpunkte zur Quelle selber. Das Avi-Blatt erschien als erstes Schweizer Intelligenzblatt, erstmals 1729, also zwei Jahre nach dem Berliner Pendant, bis 1844 wöchentlich, später auch mehrmals pro Woche, zur Messezeit, manchmal sogar täglich, ist in 6626 Ausgaben mit ungefähr 40.000 Seiten und eben knapp eine Million Anzeigen überliefert. Die Auflagenhöhe ist relativ schwierig zu ermitteln. Es haben sich oft mehrere Haushalte ein Blatt geteilt. Von einer herausgebernotiz aus dem 19. Jahrhundert wissen wir eben, dass sich ungefähr zwei bis zehn Haushalte in Abo geteilt haben. Basel hatte ungefähr 15.000 bis 17.000 Einwohnerinnen im 18. und 19. Jahrhundert. Also es war sicher sehr bekannt, das wissen wir, aber wie hoch die Auflage war, das wissen wir nicht. Hier zwei kleine Beispiele für Verkaufsangebote und Gesuche, bei denen man eben auch schon die große Bandbreite der Waren und die sehr unstrukturierte und ungenaue Form der Information sieht. Also oben verkauft jemand einen Mantel für eine lange Mannsperson um billigen Preis und jemand anderes sucht die Kunst- und Werkschule in Oktavo den vierten Teil, aber nur, wenn sie schon alt, aber noch gut und brauchbar ist. Die für das Projekt durch die Universitätsbibliothek Basel angefertigten Digitalisate haben wir auch mithilfe von Transkribus Layout und Text erkannt und die daraus resultierenden Page-X-ML-Dateien wurden mit den Digitalisaten wieder zusammengeführt und liegen jetzt schon in einem Langzeitrepositorium zur Ablage. Für dann aber weitergehende Anreicherungen, inhaltliche Erschließungen und vertiefte Analysen wurden die strukturierten Texte jahrgangsweise als CSV-Dateien abgelegt und dann mithilfe der Programmiersprache R mit Metadaten versehen, die in begleitenden JSON-Dateien vorgehalten werden und zusammen mit den CSVs unsere Datenbank bilden. Also wir haben pro Jahr eine CSV-Datei mit Metadaten auf Ausgabenebene und dann noch die JSON-Datei und den Texten und die JSON-Datei mit den Metadaten für die einzelnen Anzeigen. Digitalisierung, Text und Layout-Erkennung ging natürlich nicht in so einem Sause-Schritt voran. Ich spare Ihnen die Details, wenn Sie Fragen dazu haben, beantworte ich die gerne, aber es hat eine Weile gedauert. Heute aber eben liegt der Fokus auf der inhaltlichen Klassifizierung und damit der Anreicherung des gesamten Datensatzes, um eben die darin liegenden Potenziale für die Analyse nicht nur für das AVI-Blatt, sondern ähnlicher Publikationen aufzuzeigen. Zuerst haben wir die Anzeigen nach relevanten Überschriften. Falte Seite, Entschuldigung. Zuerst haben wir die Anzeigen auf struktureller Ebene angereichert, um die Quellen-inharente Klassifizierung in die jeweiligen Rubriken abzubilden. Also Sie sehen, das Äquivalent, dieses zu verkaufen, wurde dann zum Metadatum oder zum Tag Transaction Type Offer 1 zu verleihen, Land 1 verloren und gefunden, je nachdem, ob was verloren oder gefunden wurde, dann Offer 2 oder Request 3. So sah das aus. Und wir haben auch wiederholte Anzeigen als solche klassifiziert. Also viele Anzeigen wurden in der Folgewoche nochmal abgedruckt und deswegen hat jede Anzeige auch so ein Reprint-Status, nämlich ob es ein Original, ob es sich um eine Originalanzeige handelt, die unreprinted ist, eine Originalanzeige, die reprinted ist oder dann eben um die reprinted Anzeige und auch ein Verweis quasi auf die ID, die dort, also die quasi das Original dann darstellt. Das war sozusagen auf struktureller Ebene und den Kern der Anreicherung stellt aber die inhaltliche Klassifikation auf der Grundlage des Anzeigentextes dar, was dann eben Ausgangspunkt war für die Extraktion, Weiterverarbeitung und detaillierte Analysik von spezifischen Subsets einzelner Warengruppen oder Interessensbereichen und dies eben nicht manuell, sondern mithilfe entsprechender Skripte, die dann jede einzelne Anzeige mit einem oder mehreren Tags versehen. Dieses Dynamic Tagging will ich Ihnen kurz zeigen, wie das, zeige ich Ihnen gleich kurz, wie das aussah, aber sozusagen zu diesem Ansatz kurz, also eben fast eine Million Anzeigen, das macht eine händische Verschlagwortung irgendwie, also vielleicht irgendwie machbar, aber eigentlich nicht sehr sinnvoll, wir hatten das im Projekt mal so als Fallback-Option für vier Jahre, also vier Stichjahre, nicht für vier Jahre, sondern für, also vier Jahrgänge gemacht und wir sind alle sehr froh, dass wir das nicht benutzen mussten und auch nicht mehr als diese vier Jahre machen mussten und für eine Klassifikation mithilfe von Supervised Machine Learning sind die Texte nicht ideal, weil sie eben relativ kurz sind und so unterschiedlich, dass der Aufwand, bis man eine entsprechend manuell hergestellte Ground Truth hätte als Trainingsmaterial relativ hoch wäre. Dasselbe gilt eigentlich für Topic Modeling, die Texte sind einfach zu kurz, um da irgendwie was Vernünftiges rauszukriegen. Deswegen haben wir eben einen eher musterbasierten Klassifikationsansatz entwickelt, der inhaltliche Metadaten, also Tags, eben aufgrund sogenannten Dictionaries vergibt und die bestehen aus teilweise sehr komplexen Regular Expressions und durchsuchen die Anzeigentexte danach. Das hatte aus unserer Sicht mehrere Vorteile, abgesehen davon, dass wir das nicht mehr händisch machen mussten. Also erstens kann, also diese Anzahl von Dictionaries ist potenziell unendlich, das heißt, man kann die jeweils gemäß der eigenen Forschungsinteressen zuschneiden. Es lassen sich, also jetzt nicht nur Objekte wie der tuchende Mantel oder Dienstleistungen wie BauarbeiterInnen suchen in den Anzeigen und mit entsprechenden Tags versehen, sondern auch sowas wie Qualitätsmarkierung, also gebrauchte Waren oder importierte Güter oder auch spezifische AnzeigenstellerInnen, also wenn ich mich jetzt besonders für Witwen als VerkäuferInnen interessiere oder für Ladengeschäfte, die inserieren. Dictionaries entstehen also dabei im engen Dialog zwischen Quelle, Forschungsliteratur und Forschungsinteresse. Sowohl die Erstellung wie auch die eigentlich potenziell auch nie abgeschlossene Erweiterung und Korrektur der Dictionaries verlangt von der HistorikerInnen sich sehr intensiv sowohl mit dem Quellmaterial wie auch mit dem entsprechenden Forschungsfeld auseinanderzusetzen. Das ist also sehr klassische historische Arbeit. Das ist dann auch am Anfang sehr arbeits- und zeitintensiv, lohnt sich aufgrund der Skalierbarkeit des Verfahrens auf mittlere Sicht, aber auch weil Fragestellungen durch so eine intensive Beschäftigung mit der Quelle auch weiter präzisiert werden können. Jetzt sehen Sie hier exemplarisch ein Dictionary aus dem großen Bereich der Textilien und so ein Dictionary ist eigentlich eine Funktion, die eben über alle Texte läuft und besteht aus mehreren Teilen, wobei eben in jedem Schritt jeweils die Gesamtmenge der Anzeigen, die aus dem vorherigen Schritt resultiert genommen wird. Also am Anfang eben alle knapp eine Million Datensätze und dann wird nach und nach bestimmten Kriterien gefiltert. Zuerst wird nach relevanten, also werden nur relevante Überschriften eigentlich, wird nur in relevanten Überschriften gesucht. Also jetzt hier, das ist ein Dictionary zu Auto-Wear, also ja, Außenbekleidung, Oberbekleidung, da sind jetzt Überschriften wie Arbeitsmarkt oder Todesanzeigen nicht so relevant, deswegen sind die da nicht Teil davon und dann im nächsten und eigentlich zentralen Schritt werden dann all die übrig gebliebenen Anzeigen zwischen 1729 und 1844 unter diesen Überschriften werden diejenigen gesucht, die eben Treffer aus diesem positiv formulierten Teilbereich haben. Diese stehen hier eben als Regular Expressions, sodass wir auch einen Großteil von Druck- und Texterkennungsfehlern eben so wie Schreibvarianten ganz gut abfangen können. Aus der Treffermenge werden dann noch alle Anzeigen entfernt, die vom negativen Teil des Dictionaries gefunden werden. Hier zum Beispiel ist das Wort Instrumentalartikel mit dabei, das enthält eben den Begriff Talar, hat aber jetzt eben mit dem Kleidungsstück nichts zu tun und deswegen fallen die dann sozusagen im nächsten Schritt wieder raus und dann gibt es auch noch die Möglichkeit einzelne IDs ein beziehungsweise auszuschließen, falls eben eine Formulierung als Regular Expression irgendwie zu mühsam oder zu lang oder die Kapazitäten der schreibenden Person übersteigt. Man sieht aber auch, dass in diesem skriptbasierten Ansatz die Klassifikationsentscheidung transparent dokumentiert, reproduzierbar und konsistent ist. Also man kann sie korrigieren und man weiß sozusagen, warum man das Ergebnis erhält und nicht, weil man gestern dachte, das ist vielleicht doch ein Kleidungsstück und vorgestern anders dachte, was uns natürlich in diesen manuell klassifizierten Jahren sehr oft passiert. Oben im Kopf sehen Sie auch die Autorin des Dictionaries, man kann hier also auch schon Forschungsleistung sichtbar machen. Alle Anzeigen, die jetzt den in diesem Beispiel definierten Kriterien entsprechen, erhalten in der Folge dann den Predictive Tag Autaware. Predictive deswegen, weil mit dieser Methode natürlich False Negatives als auch False Positives unvermeidbar sind. Bei so einer großen Datenmenge und Diversität an möglichen Tags wäre das auch bei einer händischen Verschlagwortung nicht anders. Im Gegensatz dazu aber ist es hier nachvollziehbar und eben im Zweifel auch korrigierbar. Und diese dem Ansatz inhärente Dynamik ermöglicht es also die Verschlagwortung laufend an sich entwickelte Forschungsinteressen auch anzupassen und hat deswegen im Vergleich zu einer vorher festgelegten eher starren Klassifikation einige Vorteile, die eben über so eine reine Skalierbarkeit hinausgehen. Hier vielleicht einfach nur so der schematische Ablauf für die Erstellung und stete Verfeinerung schaut sich irgendwie die Quelle an, überlegt, was für Begriffe sozusagen jetzt zu Auto-Ware gehören, stellt dann Dictionaries her mit den Regular Expressions und guckt sich dann einfach mal den Output an und guckt eben, was rauskommt und sieht dann, okay, Instrumentalartikel, das funktioniert irgendwie nicht, das muss ich rausnehmen und so weiter. Also es ist so eine Spirale dann sozusagen nach innen und irgendwann muss man noch aufhören, weil sonst wird man mit anderem nicht fertig, aber das ist so ein bisschen die Idee eben, das dynamisch bleibt, falls Bedarf besteht. Die mithilfe von diesen Skripten vergebenen Tags können nicht nur je nach Forschungsinteresse zu unterschiedlichen Subsets zusammen aggregiert werden, also beispielsweise importierte Waren oder Lebensmittel, sondern eben auch kontinuierlich angepasst und verbessert werden und als Ausgangspunkt für detailliertere Dictionaries benutzt werden. Wir haben zurzeit, also Sie müssen das nicht lesen, aber wir haben über 180 Tags, das sind 22 Skripte, die quasi dann über den Datensatz laufen, wobei die aus mehreren Dictionaries bestehen, für den Tag Textiles sind es 14, also neben Outerwear auch noch Underwear und Sleepwear und Ähnliches. Und also wenn dann sozusagen das Skript rüberläuft, man sieht, das ist ein bisschen klein geworden, aber also Sie sehen, jede Anzeige hat eigentlich auf der ersten Zeile sicher mal einen inhaltlichen Tag, die dritte Anzeige, da haben Sie Church Seed und Dogs, weil jemand eben gerade seine Hunde und seinen Weibersitz in der Kirche verkauft und es gibt noch so was wie Sie sehen ganz unten, das sind so UT Animals, das sind Umbrella Terms für manche Gruppen, also eben Dogs beispielsweise bekommen dann direkt so einen Umbrella Term, dass sie eben zu Animals gehören. Genau und solche Umbrella Terms, also um mehrere Dictionaries oder Tags zusammenzufassen, kann man auch zahlreich erstellen, also so viel wie man möchte oder Zeit was bedeutet jetzt also eine solche Aufberatung für die Arbeit der Historikerin abgesehen jetzt von der Skalierbarkeit der anzustellenden Auswertung. Durch die recht flexible inhaltliche Verschlagwortung eines großen Korpus lassen sich offenbar ganz neue Fragen an solche seriellen Quellen stellen und das wir jetzt eben die Behauptung auch beantworten nicht nur stellen sondern auch beantworten neben Betrachtung langjähriger Konjunkturen für die Analyse lokaler Verhältnisse wie sie aus eben bisher vornehmlich untersuchten Quellenbeständen nicht hervorgehen auch die Einnahme einer vergleichenden Perspektive zwischen unterschiedlichen geografischen Räumen synchron eben auch wie Diachron auch stehen Forschungsfrage und Forschungsgegenstand hier in einem dynamischeren Wechselspiel als bei einer Klassifizierung die vor der Analyse festgelegt wurde die Verschlagwortung erfolgt nicht auf Grundlage eines zuvor stellten und dann eben relativ inflexiblen Schemas sondern der Forschungsprozess ist recht dynamisch die Nachnutzbarkeit des Datenbestands beschränkt sich außerdem keinesfalls auf historische Fragestellungen sondern steht ganz vielen verschiedenen Disziplinen offen beispielsweise als Korpus für sprachwissenschaftliche Untersuchungen für das weitere Dictionaries entwickelt werden könnten die beispielsweise Bedeutungsverschiebungen bei der Nutzung von Höflichkeitsformeln sichtbar machen können und was dann natürlich wiederum für historische Analysen weiterverwendet werden könnte auch hatten wir es beim Aviblatt mit nicht standardisiertem Text zu tun zu Projektende also ungefähr tatsächlich vorgestern haben wir noch so ein bisschen mit Natural Language Processing experimentiert also mit vorhandenen Packages und Bibliotheken und da im Bereich der Named Entity Recognition recht vielversprechende Ergebnisse erzielt sodass den Datensatz kurz vor der Veröffentlichung dies ungefähr übermorgen also wir sind sehr am Ende noch jetzt als Personennamen identifizierte Elemente als zusätzliches Metadatum hinzugefügt werden können ein Matching der Straßennamen mit heute aktuellen Namen hat auch bereits stattgefunden ein weiterer möglicher nächster Schritt für wen das jetzt halt relevant sein könnte wäre dann eben auch eine Georeferenzierung das Korpus ist und bleibt also für ganz unterschiedliche Arten der Anreicherung offen und bietet immer weitere Ansatzpunkte was ihn eben auch für die Lehre sehr gut nutzbar macht neben der Vermittlung digitaler Kompetenzen beziehungsweise computergestützter Auswertungsmethoden mit Hilfe des aktuellen bestehenden Datensatzes erfordert das Entwickeln eigener Dictionaries durch Studierende auch eine enge Rückbindung an die Quelle und somit auch eine Kontextualisierung des historischen Gegenstands das wiederum erlaubt neben dem Aufzeigen neuer Nutzungsmöglichkeiten durch den Einsatz von Computern auch Diskussionen auch Diskussionen über mögliche Einschränkungen den Umgang mit Unsicherheiten die Reflexion eingesetzter Verfahren und etwaige Biases also ein Student von mir sitzt hier dank ihm haben wir jetzt ein neues Dictionary zur Unterteilung von Tieren in Nutztiere und Haustiere also falls Sie das interessiert ist der Datensatz sozusagen auch bald damit angereichert die Voraussetzungen dafür dass Kleinanzeigen beziehungsweise ihren Trägermedien zukünftig mehr Bedeutung geschenkt wird sind mittlerweile eigentlich grundsätzlich gegeben und gut eben auch auch darauf hat Johanna Sturicow schon hingewiesen historische Zeitungen sind mittlerweile im Digitalisierungsplan der meisten Bibliotheken angekommen und dann ließe sich eben neben der Nuancierung Konsum- und wirtschaftshistorischer Narrative vielleicht auch die Frage klären ob Intelligenzblätter nicht nur in Oberitalien für die Suche nach Kindsvätern benutzt worden sind vielen Dank von Intelligenzblätter 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 ENDersblätter von Intelligenzblätter von Intelligenzbliliary